Ich probiere jetzt hier live im Stream was aus. Ich bin ja ein alter Influencer, wisst ihr ja. Ich bin ja, ich kenne ja die ganzen Tricks, ich weiß doch, was der Content ist, den ihr haben wollt. Ich weiß doch, was die Leute wollen. Ich mache Focus Groups, ich habe ein Social Media Team, ich habe eine Redaktion, die sich halt angucken, was kommt gut an. Und immer kommt gut an, ja, Testings. Heute war ich im Supermarkt und habe eine Dose Energy Drink gesehen. Das ist übrigens unbezahlt. Ich kriege nichts von der Firma halt. Ich habe es mir einfach gekauft und probiere das jetzt, ja. Das ist unbezahlte Werbung wahrscheinlich. Seid ihr erst mal gewarnt. Nicht, dass ihr aus Versehen jetzt Werbung bekommt, ohne dass, also, ne. Vorsicht. Achtung, Werbung, Achtung. Ich habe diese Dose gefunden. Die heißt Explosive Energy Drink. Vier mal irgendwas. Soll das eine Vier sein? C4, also wie der Sprengstoff. C4 Energy, zuckerfrei. Und das hat mich angemacht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin ja ein Opfer für sowas und das probiere ich jetzt hier live im Stream einfach mal aus. Weißt du was, vielleicht wird das sogar YouTube-Content. Und wenn das YouTube-Content ist, muss ich natürlich das hier machen. Like. Subscribe. Oh ne, falsches Ding. Anyway. Chat ist da, wir sind live. Ich gucke das jetzt mal an. Also das ist, da stehen erstmal ganz interessante Sachen oben. Ich bin übrigens auch, man sieht, wir haben jetzt heute Samstag, 12 Uhr. Wir haben gerade, oh, wir haben gerade Original 1, 2, 3, 4. Mmh, lecker. 12 vor 34. Das sind die Momente am Tag, wenn dir sowas, wenn dir sowas auffällt, weißt du, der Tag kann nur geil werden. Oder scheiße. Eigentlich weiß ich es auch nicht. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Fuck man, äh. Äh. Ich hab jedenfalls das hier gesehen. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Also hier steht erstmal oben drauf, B-Vitamins. Es ist eine Menge oben drauf erstmal. Hier. B-Vitamins. High Caffeine. No artificial colors. Beta Power. Und der Geschmack ist Twisted. Twisted Lemon. So, was heißt Beta Power? Weiß kein Arsch. Weiß wirklich kein Arsch. Wir sind aber ein schlauer Stream. Beta Power. Natural Beating. Okay, die Internetadresse ist schon mal jetzt direkt suspekt. Euch auch, oder? Die Adresse, was ist das denn? DuPont Nutrition and Biosciences. Ja, ich stimme immer allem zu, Mann. Lass mich in Ruhe. Schließen, ja, ja. Ihr seht ja aber nicht jetzt hier die Adressleiste. Warte mal, 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 warte mal. Hier. Guck mal. Guckt euch mal die Adresse an. Ja, zulassen, I don't know, oder ab, nee, blockieren. Guck mal. DuPontNutritionandBiosciences.com Hey. DuPontNutritionBiosciences.com Hey. Macht eure Internetadresse kürzer. Und, aber das hat uns jetzt auch nicht erklärt, was Beta Power ist für Beta. Aber ich meine, da ist ein, Leute. Ich weiß, ich bin gerade direkt am Anfang des Streams schon all in. Ihr denkt wahrscheinlich, gerade was ist denn hier los. Aber ich bin, ich bin gut drauf. Aber da steht ein R. Ein Trademark R. Guck mal. Beta Power R. Registered, registered. Warte mal, dann gucken wir doch mal so. Beta Power. Red. Registered. Registered. B-18 vielleicht? Was ist B-A-T-I-N-E? B-A-T-I-N-E. Wir machen es jetzt mal hier noch spannender. Musik aus. Jetzt wird hier mal richtig konzentriert, recherchiert. Concentration across the nation. Also wir wissen nicht, was Beta Power ist. Weißt du was? Ich fange einfach mal an, die Scheiße zu trinken, oder? Wir können auch in die Nährwerte gehen. Für die Freaks da draußen. Könnt ihr jetzt hier Pause machen und euch das gemütlich reinfahren. Soll ich ein Glas holen? Wollen wir sehen, wie das aussieht? Ja, oder? Aber ich bin so ein Dosentrinker eigentlich. Ja, ich hole mal ein Glas. Warte mal. Okay. Den ersten Schluck, aber den ersten Probierschluck mache ich trotzdem. aus der Dose. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Also, ne? Jetzt geht's los. Also, ich probiere jetzt den Energy Drink Twisted Limonade. Zuckerfrei von der Marke C4 Energy. Ich check auch gar nicht, was die Marke ist. Da fängt es schon mal an. Was ist eigentlich die... Was ist das für... Energy to achieve. Ich raff null. Ich glaube, die Marke heißt... Ja, ja, ich hab's gefunden. Die Marke heißt C4 Energy. Okay, also ich probiere jetzt Twisted Limonade von C4 Energy. Let's go. Erstmal wichtig natürlich den... Cap Check nenne ich's ja auch. Guter Klang geb ich direkt mal erst mal dem, dem, ähm... Dem Pop geb ich mal ne 7. Erstmal. Ne 7 von 10. Könnte ein bisschen kräftiger sein, aber ist okay. Ist im deutlichen, ist im oberen Mittelfeld. Geruchstest erst mal. Ihr wisst ja, ich bin Profi bei sowas. Weißt du, ich hab doch gesagt, ich weiß doch, was ihr da sehen wollt auf YouTube und im Stream. Das ist genau die Scheiße. Schön knackige 10 Minuten geiler Energy Drink Test, weißt du? Und ich weiß genau, wie die das machen. Die nehmen erst mal... Erst mal riechen. Ich mach mal die nähere. Es riecht fast gar nichts. Es riecht eigentlich ganz angenehm. Also es riecht wirklich... Ich hätt gedacht, es riecht extrem nach Chemie. Jetzt mal kurz Ironie off. Ironie war gar nicht an, aber jetzt mal kurz... Ausrast Donnie kurz mal. Gehen wir mal Fuiuton Donnie wieder rein. Mal richtig jetzt mal ordentlich ein Review geben. No Joke. Das riecht wirklich kaum nach etwas. Ich bin positiv überrascht. Ich hätt ja gedacht, das ist jetzt so eins wie... Red Bull und so, finde ich auch, riecht immer viel zu krass. Das geht. Und jetzt kommt natürlich der Moment, der große Moment, wo die Profis unten wahrscheinlich schon bei den Kommentaren auf Skip2, weil da geht der erste... Hier nimmt er einen Schluck, den ganzen Rest davor, wie bei Reviewbra. Genau, Reviewdonner. Den liebe ich übrigens. Einer meiner Lieblings-YouTuber. No Joke. So, jetzt kommen wir mal. Jetzt merke ich gerade, der Job ist schwierig. Wenn man das ernsthaft macht, sozusagen, so einen Kanal. Weil man will jetzt schon auch abliefern. Und wie beschreibe ich das jetzt? Das schmeckt... Boah, ey, wirklich jetzt an dieser Stelle No Joke. Respekt für Leute, die ernsthaft Review-Channels betreiben. Denn ich merke gerade, ohne Vorbereitung und jetzt aus dem Stehgreif, ist es gar nicht so einfach, jetzt Wörter zu finden, um etwas zu beschreiben. Für mich schmeckt es erst mal nach süßem Sprudel. Nicht nach Energydrink. Also nicht so dieses chemiemäßige Monster Energy, Red Bull-mäßige, sondern es ist eigentlich recht leicht und angenehm. Es ist fast schon wie so ein Gatorade oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall sprudelig, spritzig. Es ist spritzig, hat Kohlensäure. Nicht zu viel. Es ist, ey, wirklich, ich bin tatsächlich positiv überrascht. Ist das ein Energydrink? 160 Milligramm Koffein. Wie viel ist das im Vergleich zu Monster Energy? Gucken wir gleich mal nach. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie das aussieht. Mal hier. Ach, guck mal. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie eine andere Farbe. Das ist ja tatsächlich... Das ist ja klar. Guck mal, ich dahinter, wie meine Augen aussehen. Sorry. Ey. Fladenmann sagt es gerade im Chat. Hätte ich es jetzt aber nicht als Beispiel gesagt bekommen, hätte ich es gar nicht daran gedacht. Aber klar, das schmeckt wie Sprite. Das schmeckt wirklich wie Sprite. Wie krass ist es, dass das Gehirn so funktioniert oder dass ich jetzt ohne den Tipp, dass es wie Sprite schmeckt, wäre ich nicht drauf gekommen, um zu beschreiben, dass es wie Sprite schmeckt. Aber es schmeckt genau eins zu eins wie Sprite. Ich muss jetzt kurz wissen, wie viel Koffein... Warte mal. Hühlen die das einfach um? Nee. Wir müssen mal ganz kurz was checken. Wie viel Koffein... Koffein wants the energy. Einfach mal, das ist doch irgendwie so ein bisschen der Standard, oder? 36 Milligramm pro 100 Gramm. Warte mal, in der Dose sind ja 500 Milliliter sind ja 500 Gramm, ne? Jetzt gucken wir das mal nach. Kann ich mal bitte das eingeben hier, oder nicht? Geht das gar nicht? Ja, das geht ja gar nicht. Wie kann ich denn das... Hä, ist das nicht eine Tabelle, die wir nutzen? Hä? Ich will da draufklicken. Achso, hier rechts. Ups. Ähm... Okay, wir gucken mal hier nach 100 Gramm. Also hier steht auf der Dose halt insgesamt 160 Milligramm Koffein. Jetzt bin ich halt ein bisschen am überlegen, was ist denn jetzt da... Also, pro 500 Milliliter hat diese Dose... Naja, wahrscheinlich halt genau die... 160. Und was steht jetzt hier bei Monster Energy? Zum Beispiel die weiße, die dringt ja auch ganz gerne mal. Ähm... Komm, wir machen es mal so, profimäßig. Ist gerade wie ein Moin Moin, gerade fällt mir gerade auf. Warte mal. Wieso kann ich hier nicht das eine an... Ich meine, jetzt seht ihr es gerade nicht. Guck mal. Ich zeige euch mal, was mich nervt. Wieso kann ich hier... Wieso habe ich die Maus... Ihr seht die Maus nicht. Scheiße, warum seht ihr die Maus nicht? Warte mal. Kann man das eingeben? Muss ich kurz ändern. Hä? Mauszeiger aufnehmen. Wieso seht ihr meine Maus nicht? Ihr seht die nicht, ne? Warum nicht? Jetzt seht ihr sie. Aber hier? Nicht mehr. Doch. Guck mal. Jetzt seht ihr mal, was mich nervt. Guck mal. Hier. Warum ist die... Warum ist die Maus hier jetzt eine Hand? Warum? Warum kann ich jetzt hier nicht kopieren? Guck mal. Ich kann das nicht auswählen. Ich will das hier kopieren einfach unter den Text. Und jetzt ist aber die Maus so eine Kackhand. Und dann... Bah, das regt mich richtig auf, sowas. Und jetzt... Wenn man da drauf tut, dann öffnet sich was anderes. Guck mal. Hier kann man so machen. Hier nicht. Das ist ein scheiß Hyperlink. So. Jetzt gehen wir mal ein. Energy Ultra Zero Koffein. Pro Dose. Es dauert viel zu lang, das auszufinden gerade, ne? Hier, Fitness Shop. Übrigens, Rollercoaster 44. Vielen Dank für die fünf Gifte-Zaps. Das ist sehr, sehr nett von dir. Vielen lieben Dank. Warte mal. Oh, nee. Cookies. Ich hasse Cookies, Mann. Mach Cookies weg, bitte. Ey, es regt mich ja auf. Jede scheiß Webseite. Halt aus. Ja. Nervt mich doch nicht. Ja, mach. Boah. Okay, die Seite hat es schon verkackt bei mir. Fitness Shop Hamburg, sorry. Nix gegen euch. Aber... Leute, das kann doch nicht so schwer sein, dass ich hier kurz rausfinde, wie viel Koffein in so einer scheiß Dose ist. Liste von Energy Drinks. Okay. So, Koffein. Club Mart. Mann. Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Die Tabelle ist viel zu kompliziert. Guck mal. Das ist wie... Das ist wie die fucking... Ey, bitte. Leute, Chat. Ich kann nicht der Einzige sein, der gerade überfordert ist mit dieser Tabelle. Das ist mir too much. Da kriege ich direkt Kloß im Hals. Da bin ich überfordert. Guck mal. MG, FL, dann übelst die Kommazahlen. Ich bin überfordert mit der ganzen Scheiße jetzt schon. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum mache ich das? Das stresst mich so sehr. Okay, jetzt hier. Koffein. Bitte. Pro Dose. Hier unten. Also. 180. Ist unser C4 hier? Coca-Cola C... Nee, C4 ist nicht dabei. Sorry. Wo ist jetzt Monster? M. Okay. Jetzt muss ich auch wieder hochscrollen, um zu sehen, was das bedeutet. 388 10. 388 Milligramm. Nee. Ja. Pro... Was ist dann die... Was ist diese... Was ist diese Spalte? Koffein M-Gam-F-L-O-T-S. M-G-Polit. Ist das so für die Amis, oder was? Ounces. Okay, dann scheiß mal auf die. Äh, Einheit. Quatscheinheit. So. Koffein. Wir haben also... Jetzt mal ganz kurz. Ich bin grad... Ich weiß, ich stelle mich grad dumm an. Aber ich bin grad erst aufgewacht und hab grad jetzt allererst, was ich gegessen oder getrunken hab. Heute ist eine C4 Energy. Ein paar Schlücke. Okay. Also hier sehen wir schon mal. Hier geht richtig ab. Das sind die krassen. Zintron. 422. Alter. Hier heißt einfach mal eins. Cocaine Energy Drink. Und es hat... Ist das legal? 1120 Milligramm Koffein pro... Ne, pro Milligramm. Jetzt check ich's erst. Nur die Zahl ist ja wichtig, ne? 280 Milligramm in einem Viertel Liter. Wow. Okay, und jetzt gucken wir mal bei Monster. Sorry, ich hab viel zu lang gebraucht, um diese Tabelle zu verstehen. Okay, Monster Energy hat, aber... Ach, jetzt steht hier aber wieder FL Otz. Ey, ich raff's nicht. Das kann doch nicht so schwer sein, Freunde, dass ich nicht hinkrieg, mit Googeln einfach zu wissen, wie viel Milligramm Koffein ist in einer Dose Monster Energy. Was ist denn jetzt wieder FL Otz? Das ist voll die Wissenschaft. FL Otz, Alter. Ich reg mich hier richtig auf, heute, ey. Was ist denn los? FL Flasche pro Otz. Also, 338 Milligramm pro Liter. Das heißt, in einem halben Liter sind die Hälfte. 338 geteilt durch 2 ist 150, 100 plus 15, 150, 165 plus 4, 165 plus 4 ist 169. Ah ja, jetzt kommen wir doch langsam hin. Okay, ich hab's. Monster Energy hat ungefähr 169 Milligramm Koffein pro 500 Milliliter und unseres hat 160. Das heißt, das Ding schmeckt wie Sprite, hat aber so viel Koffein Energie wie ein Monster Energy. So, jetzt muss ich natürlich noch mal ein Fazit machen, damit wir diesen Test abschließen. Damit ich zum Ende vom Video komme und dann natürlich aufrufe, hey, lasst ein Abo da und sowas. C4, Explosive Energy Drink, schmeckt wie Sprite, sieht aus wie Sprite, ist spritzig wie Sprite, riecht wie Sprite und hat einfach nur mehr Kalorien, ähm, Kalorien gar nicht, es hat ja kein Zucker, hat einfach nur viel mehr, ja, überhaupt Koffein drin. Und das ist mein Test. Ich nehm noch einen kleinen Abschlussschluck. Es ist halt wirklich so, das schmeckt wirklich, Leute, wie Sprite. Ja, Tomra im Chat sagt's, es ist Sprite mit Koffein. Liebe Grüße gehen raus an C4 Energy Drinks, die es, muss man ganz ehrlich sagen, nicht mal geschafft haben in die Wikipedia-Tabelle von Energy Drinks, wo unter anderem ein Energy Drink ist, der da heißt Cocaine Energy Drink und höchstwahrscheinlich illegal ist, ja. Wo bist du, C4? Also, wenn du ein echter Energy Drink, ist es vielleicht auch so eine Dingsmarke, so eine Rewe-Marke oder sowas? So eine komische, weißt du, diese komischen Marken, die irgendwie keine richtigen Marken sind? Wie so diese Aldi-Bier-Marken und sowas? Ölkenbräu oder sowas, kennt ihr das? Diese Kack-Marken, wo man genau weiß, die sind nicht echt, heißen die nicht echt sogar so bei Aldi das Bier? Ölkenbräu oder sowas, warte mal, das gucken wir noch kurz nach. YouTube, da bleiben wir noch dran, das ist alles noch im Teil des Reviews, alles noch Entertainment hier. Aldi-Bier. Wie heißt denn das? Adlerskrone oder sowas, oder? Adelkrone oder sowas? Karlskrone. Guck mal hier, da sieht man doch ganz genau, das ist genau so ein Quatsch-Bier halt. So, Schultenbräu, Karlskrone, Premium-Pilz. Ja, Gude. Aldi-Bier heißt Gude. Ist das das Frankfurter Aldi, oder was? Oh, Aldi hat ein IPA. Willst du mich verarschen? Brewdog, Aldi-IPA. Okay, Brewdog ist ja, die Marke kennt man ja. Aber das ist ja funny. Aber guck mal, aber wirklich genauso, Karlskrone, ich glaube sogar, ich glaube sogar solche Biermarken, die sind tatsächlich irgendwie auch von normalen Brauereien, ne? Das ist jetzt nur meine Vermutung, ne? Jetzt hier nicht wieder, ich mach hier Verbrauchertäuschung, ne? Ich bin einfach nur Streamer, der hier rumsitzt und Vermutungen anstellt. Ähm, ich glaube, manches Bier ist es nicht irgendwie so, dass es bei ganz vielen Produkten, nicht nur Bier, so bei Aldi landet oder bei irgendwelchen Discountern, was aber eigentlich tatsächlich die echte Marke ist von irgendwas, also Markenprodukt, aber dann irgendwie anders verpackt wird, weil aus Marketinggründen, also das ist tatsächlich einfach irgendwie sowas wie Becks oder irgendwas, aber das heißt dann halt Adelskrone oder sowas und wird dann umgefüllt, weil halt die Psychologie halt so ist, dass man bei Aldi das halt billiger dann bekommt und so ein scheiß Relabeling ist real, okay, gut. Chat ist schlau. Okay, Leute, YouTube, haut rein. Wir machen hier noch ein bisschen Fun im Stream, kommt gerne mal vorbei. Das war's mit meinem Review zu C4, Twisted Lime Aid. Ich gebe mein, oh, ich muss noch ein Fazit machen, Leute, Fazit machen und natürlich vor Abschluss des Videos hier einmal drauf hinweisen, gerne den Kanal abonnieren und kommt mal vorbei auf Twitch. Ähm, mein Fazit ist, it's no joke, ich bin ja, ich muss dazu sagen, zur Einordnung, ich bin ja kein Energydrinkfreak, ja, also da ist zum Beispiel Herm, also der unter anderem bei Gäste ist der Geiste, der mal mitmacht, ich merke gerade, es ist so ungeplant, aber es wirkt wirklich so, als hätte ich das alles geplant und mache ja voll die Werbeshow für irgendwie alle meine möglichen Kanäle, aber das ist wirklich tatsächlich Zufall, Leute, just saying. Aber der ist zum Beispiel echt ein Energydrink-Fan, der kennt sich aus, ich ballere mir schon gerne mal ein Monster rein, diese Zero-Dinger, aber tatsächlich nur Mittel zum Zweck, gebe ich ehrlich zu, wenn ich halt irgendwie streame oder so und merke, ich hab schon ein bisschen, ich bin ja auch alt, ich werde halt wirklich müde und ich brauche irgendwie Koffein und Cola macht's dann auch nicht mehr irgendwann. Ich bilde mir zumindest ein, dass es wirklich mehr Energie gibt, ich glaube aber auch, dass ich auch ein bisschen, wie wir alle wahrscheinlich psychologisch da irgendwie Opfer werde von irgendwelchen Marketing-Tricks, weißt du, ich meine, macht es wirklich Energie, Taurin und sowas, aber scheiß drauf, Placebo ist Placebo und bei mir wirkt's. So, das mal kurz zu Eierneutern, ich bin kein, ich bin kein so ein Mega-Energydrink-Fan, ich kaufe vielleicht einmal die Woche ein. Aber die, also das zu, ich fänd's halt lustig, wenn jetzt hier wirklich Leute landen, die mich gar nicht kennen und wirklich hier sich diese Review reingucken, so richtige Energy-Freaks. Leute, die immer die ganze Zeit so sind. Also, okay, ja, viel zu lange Vorrede, kurzer Sinn, ich sag das ganze Ding, für mich als Casual-Energy-Drink-Drinker ist es eine 7 von 10. Chat, was sagt ihr? Haut mal eure Wertung raus, vielleicht kennt ihr es ja, ich sag 7 von 10. Es haut mich nicht um, aber ich find's ganz geil, dass es im Endeffekt einfach nur Sprite ist mit Koffein. Ist eine 7 von 10. Ist okay. Mir gefällt vor allem, dass es nicht irgendwie mega stinkt, ich find ja manchmal Energy-Drinks extrem unangenehm, wenn man die einfach aufmacht, allein im, ganz schlimm, Leute. Abschluss-Statement. Wenn ihr Menschen da draußen seid und ihr fahrt mit Carsharing-Autos und ihr seid vielleicht Red Bull-Fans, don't fucking do it. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als in ein Auto einzusteigen, was komplett nach Red Bull stinkt. Denn, das wissen wir alle, wenn man selber einen Red Bull trinkt im Auto, lecker, lecker, schmecker, schmecker, geil, man riecht das dann gar nicht so unangenehm, aber aus irgendeinem Grund, wenn jemand anderes es trinkt und man das dann erst riecht, dann riecht es wie Gummibärensaft. Ist echt so. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Tschüss.